Hallo, hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in diesem Video. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Ein frohes neues Jahr euch allen. Das ist das erste Video, das ich im neuen Jahr aufnehme. Nicht das erste, was ich im neuen Jahr hochlade. Aber ich habe mir gedacht, wir probieren mal was Grandioses aus. Ich will mal was testen. Und zwar ist das mir schon öfters aufgefallen, weil ich schon sehr oft drüber gesprochen habe. Die Frage, wie lange muss man eigentlich Bilder bearbeiten? Wie viel Zeit muss man dafür aufwenden? Ich bin jemand, der macht das relativ zügig, relativ schnell. Und ich brauche für manche Bilder nur zwei, drei Minuten. Aber bringt es was, ein Bild länger zu bearbeiten? Wie groß ist dieser Unterschied? Ab wann ist das gerechtfertigt? Jetzt ist es natürlich so, dass ich das mit ein bisschen anderen Augen betrachte, als beispielsweise ein Hobbyfotograf. Es ist ganz klar, wenn man für etwas bezahlt wird, muss man entweder mit dem Kunden klar abklären, hey, komm mal, Budget, wenn ich 100 Bilder bearbeiten muss und brauche für jedes Bild eine Stunde, zahlst du mir diese 100 Stunden? Die meisten wahrscheinlich eher nicht. Dementsprechend sind die 100 Bilder vielleicht auch in einer Stunde zu bearbeiten. Lightroom gibt da ganz coole Techniken her, aber das ist vielleicht nicht passend für jeden. Manche haben einfach Bock, Bilder zu bearbeiten und geben halt Gas und wollen was rausholen. Geile Sache, auf jeden Fall. Wir wollen es heute mal ausprobieren. Einfach mal, schau es dir einfach mal an, was in dir im Moment machbar ist. Ich möchte zuerst einmal mit der ganz, ganz, ganz schnellen Variante anfangen. Und zwar der Variante so bis zu 15 Sekunden. Es ist nämlich machbar, klar, definitiv, ein Bild innerhalb von 15 Sekunden zu bearbeiten, auch relativ gut zu bearbeiten. Kommt immer so ein kleines bisschen auf die Grundlage an. Wir probieren das mal. Man kann sich halt immer nicht auf alle Regler konzentrieren, aber ich habe mal ein paar Techniken für euch, wie ihr es schafft, Bilder in 15 Sekunden im Endeffekt gut aussehen zu lassen. So, dazu habe ich mir eins rausgesucht, weil ich, glaube ich, schon so unendlich oft bearbeitet habe, dass ich langsam nicht mehr weiß, wie es eigentlich funktioniert. Wie ich es ursprünglich mal bearbeitet habe, absolutes Chaos, das ist mein Profilbild. Mein Profilbild, das ihr auf Instagram seht, das ihr auf YouTube seht, alles Mögliche, das möchte ich mir jetzt mal raussuchen, weil es schon eine tricky Aufnahme ist. Sie sind ein bisschen zu dunkel, der Hintergrund ist nicht ganz so sauber, aber da schauen wir jetzt mal. Wir haben auf jeden Fall was dabei, auch was zum Retouchieren. Aber egal. Wir starten mit der 15 Sekunden Variante. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Die ganz einfache Variante wäre, jetzt einfach herzugehen und zu sagen, hey komm, wir stellen doch einfach mal alles auf automatisch. Gut, das Ergebnis ist nicht so super. Wir ziehen mal so ein kleines bisschen die Belichtung hoch und den Weißab gleich ein bisschen runter, da ich nicht so orange aussehe. Ist okay. Ist ein Ergebnis, mit dem man leben könnte. Es geht besser, definitiv, aber es ist nicht verkehrt. Jetzt gibt uns natürlich Lightroom für die zweite Variante Vorgaben mit, wo wir sagen können, hey, ich habe Fotos bearbeitet, auch aufwendig bearbeitet, mir so eine Variante zusammengebastelt und viele Regler geschoben und habe rausgefunden, hey, für die Art von Bildern passen die Art von Reglern. Und das können wir uns ja speichern. Wir können einfach ein Preset so anlegen und das halt einfach über was drüber bügeln und das reicht in den meisten Fällen ebenfalls aus. Und das probieren wir jetzt einfach mal auch. So, einmal zurücksetzen, dass wir wieder komplett auf Null sind. Ich nehme hierfür mein Standard-Preset, das grundlegende Bearbeitung. So, brauche ein kleines bisschen, der macht keine Helligkeitsanpassung, das ist absichtlich. So, und deutlich besser. Es waren, glaube ich, nur fünf Sekunden gefühlt, aber deutlich besser, auch wenn die Rottöne so ein bisschen übertrieben sind. Also, es geht besser, definitiv. Aber wir sind schon mal einen Schritt näher gekommen. Warum? Weil ich Arbeit, die ich vorher gemacht habe, gerade durch die grundlegende Bearbeitung, mir jetzt schon, ja, einfach mal gespeichert habe. So, was ich Dunst entferne, hier, das ist ein Regler, den ich gerne benutze. Das Nachschärfen ist in dem Moment mit drin. Klar, wir haben keinen Farbstil drüber gelegt, wir haben kein Color Grading. Das könnte man jetzt noch machen hier. Komm, machen wir mal die, die Cross-Preset und, keine Ahnung, nehmen den Pastell-Look oder so Cyan-Magenta oben drauf. Wow, das ist definitiv too much. Bisschen weniger. Die Helligkeiten ticken runter. So, funktioniert doch ganz gut. Also, es funktioniert mit ein bisschen Erfahrung, mit ein bisschen probieren, Bilder extrem schnell zu bearbeiten. Ich habe jetzt den Weißabgleich noch ein bisschen wärmer gemacht, dass ich jetzt nicht ganz so bleich aussehe, auch wenn ich manchmal etwas bleich bin. Okay, soweit dazu. Mit Presets kann man das sehr gut machen, mit der Automatik kann man auch, ich sage mal, wir hatten jetzt kein gutes Ergebnis, aber wir hatten eine gute Grundlage, einen Helligkeitsregler ein bisschen nach oben gezogen. Geht, geht. Jetzt habe ich ja gesagt, wir wollen ein kleines bisschen mehr Zeit investieren und ein bisschen länger bearbeiten und da kommt mir ganz klar der Punkt, dass ich sage, ich probiere auch ein bisschen was aus. Weil das ist eigentlich das, was die meiste Zeit frisst, wenn man in der Bildbearbeitung unterwegs ist, dass man hierher geht und sagt, hey, komm, wir machen nochmal diese grundlegende Bearbeitung drauf und einen Ticken heller, dass man halt so diese Reglerbalance finden muss. Dass ich sage, hey, ich mache es etwas heller und dann sehe ich, gut, der Weißabgleich passt nicht so ganz, den muss ich ein bisschen wärmer ziehen, okay, vielleicht noch ein kleines bisschen heller, okay, jetzt sind mir diese Rottöne hier an der Stelle ein bisschen zu krass, kriege ich das mit der Sättigung hier in dem Moment raus. Ja, ein bisschen, so, funktioniert ein bisschen besser. Lassen wir mal hier, ein bisschen klein ticken, mehr in Magenta, um das Orange loszuwerden und sowas in der Richtung, weißt du, das ist das, was so das am längsten braucht, finde ich aus meiner Sicht. Da brauchen wir eigentlich sehr lange, um sowas in dem Moment rauszufinden. Das kann jetzt sein, dass bei Bildern, die, ich sage mal, relativ bildbearbeitungsfreundlich fotografiert sind, also mit nicht so vielen Problemen, wie jetzt hier, dass es einfach zu dunkel war, dass die natürlich auch schneller zu bearbeiten gehen, kommt ein bisschen auf das Ergebnis an, das man in dem Moment haben möchte, aber nicht viel. Also, von meinem Standpunkt aus nicht so viel, dass ich jetzt sage, ich müsste da extrem krass drauf achten. Heißt nicht, dass ihr nicht drauf achten solltet. Ihr solltet schon schauen, dass eure Bildbearbeitung nicht das Mangel an Fotografiefähigkeit ersetzt. Man kann da bis zu einem gewissen Grad drehen. Ich habe es jetzt auch schon extrem aufgehellt, aber nicht komplett. Gut. Also, wie finden wir jetzt diese Reglerbalance? Wie gehen wir da drauf ein? Das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, auf den ich jetzt loslegen möchte, und zwar nicht mit der 15-Sekunden-Variante, sondern mit der 5-Minuten-Variante. Die brauchen ein bisschen länger, ganz klar, aber das Ergebnis wird auch deutlich besser sein. So, wir setzen es wieder zurück. Es ist ganz klar, durchs Erklären wird es sowieso ein bisschen länger. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Timer hier unten drunter mache. Ich wollte mir eigentlich so einen Timer setzen, dass das Handy klingelt in dem Moment, wo ich zu lange gebraucht habe, aber ich muss es ja auch ein bisschen erklären, dass ihr seht, was ich mache, und nicht einfach nur Regler ziehen. Von daher, nicht so 100% auf den Timer achten. Ich habe ihn mal mit dazu genommen, aber wenn ich da drei Minuten drüber bin, so what? Okay, also, grundsätzlich, ich habe ja so grundlegende Bearbeitungen. Erstens mal klar, dass die Belichtung in dem Moment ein bisschen hochgezogen wird, dass ich mir Dynamik reinkriege, Lichter runter, tiefen hoch, ohne den Kontrast so total zu zerstören. Schwarz ein bisschen weiter runter, Weiß ein bisschen weiter runter, um hier so eine Balance mit reinzubringen. Doch, dadurch verliert man selbstverständlich Kontrast und natürlich manchmal auch so ein bisschen Farbe. Es sieht sehr blass aus. Ich weiß nicht, was die A9 hier in dem Moment mit dem Bild gemacht hat. Manche sind da besser, manche sind da weniger gut. Mein Style ist ja eher so ein bisschen knalliger. Von daher, Dunst entfernen hilft hier. Dynamik kann hier helfen. Müssen wir mal ein bisschen schauen, dass wir hier die Balance finden und dass das Gesicht auch nicht zu dunkel wird. So, ich mache das bei mir relativ zügig. Ist im Endeffekt viel Erfahrung, was man hier mit reinnehmen kann, was man damit reinnehmen muss zum Teil. Auch klar, um das in dem Moment auszugleichen. Das hätten wir schon mal. Das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Und noch ein bisschen mehr Magenta ins Gesicht rein. Jawohl, cool. Gut, dann klar, definitiv nachschärfen. Ich habe da einfach einen Standardwert. Nicht 9, 90. Ich habe da einfach einen Standardwert, den ich fast immer einstelle. Also da, bei manchen Sachen muss ich einfach nicht mehr variieren. Warum sollte man jetzt sagen, so hey komm, sieht 80 besser aus oder 90 besser aus? Den Unterschied sehen die meisten Leute gar nicht. Also ich sehe ihn sehr oft in meinen Fotos gar nicht. Von daher, jo. Genau, dann Thema Objektivkorrektur. Bitte ein kleines bisschen, dass mein Gesicht nicht so aufgewölbt aussieht. Wenn man hier mal, ne, Weitwinkelverzerrung. Die Nase wirkt schon groß genug. Wir müssen es nicht noch zu sehr übertreiben. Was natürlich den Rand aufgehellt hat. Hier. Das könnte man jetzt noch korrigieren. Ich mache das sehr gerne, indem ich hier einfach KI-Masken, die haben so sehr geholfen, das Ganze schneller zu machen. Das ist der absolute Wahnsinn. So, und das natürlich im Hintergrund ein bisschen dunkler machen. Nicht zu dunkel. Und ich muss jetzt auch gucken, weil das hier ist halt so total zu hell geworden. Na, ist das genau auf dem Tiefenregler? Ja, das ist genau auf dem Tiefenregler. Das ist ja schon ein bisschen hinterhältig. Ich muss nicht so weit runter gehen mit dem Schwarzregler. Yes, sonst kriege ich da zu dunkle Augen. Genau, aber wir kommen doch schon mal in eine ganz gute Richtung. Wird besser. Wird besser. Mit jedem Reglerschritt wird das ein bisschen besser. So, habe ich gesagt, ich hätte es gern knalliger. Thema Farbe. Ich habe ja schon über den Kalibrierungsregler gesprochen. Den ziehe ich gerne ein bisschen nach oben. Kann sein, dass man hier so ein bisschen Probleme mit dem Blau bekommt. und auch die Maske hier hinten ist nicht 100% perfekt. Die kann man besser machen, aber wir haben nicht die Zeit dazu. Von daher, solche Kleinigkeiten können manchmal sein. Wer jetzt sagt, cool, will ich auf jeden Fall machen, kann hier jetzt auch noch sagen, ich möchte da hinzufügen, Pinsel ohne maskieren mit einer weichen Kante und könnte das jetzt hier in dem Moment auch noch so ein bisschen alles hinzufügen. Jawohl. Ich möchte hier mal immer subtrahieren. Löschen. Einmal subtrahieren, Pinsel und kann das jetzt hier natürlich auch so ein kleines bisschen weicher gestalten hier am Rand. Dann wirkt das nicht mehr ganz so krass mit diesem Übergang, gerade weil er manche Haare mit ausgewählt hat und abgedunkelt hat und manche nicht. So. Wird schon besser. Wird schon besser. Gerade hier oben im Himmel. Ganz cool. Jawohl. Wir holen uns trotzdem nochmal die Maske mit rein, weil ich will die Sättigung auch ein bisschen runternehmen, um dieses krasse Blau da oben aus dem Himmel rauszubekommen. Und wir schneiden es oben mal noch ein bisschen zu. So, dass die Augen nicht so weit unten sind. Cool. Okay. Nicht verkehrt. Grobe Retusche ist zeitlich gesehen, denke ich, auch noch drin, dass wir hier so gerade inhaltsbasierte Füllenretusche in Lightroom. Bui, nicer, nicer Move, definitiv macht das so vieles schneller und einfacher, weil man auf die meisten Sachen, ich sage absichtlich die meisten, weil es nicht bei allen geht, einfach draufklicken kann und sie sind weg. So feine Geschichten, wie wir hier, wie das hier drüben oder sowas in der Art, das ist dann schwierig, das ist da meistens nicht machbar, aber der große Rest eigentlich schon. Es sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ich kriege die, die Augenringe kriege ich auf dem Weg, glaube ich, jetzt nicht weg. Könnte man probieren. Einfach mal die Deckkraft runternehmen und so, mal schauen, was ein Deoment draus macht. Ja, hat die Wimpern mit reingenommen, das ist ein bisschen doof. Wenn wir die Deckkraft noch ein Stückchen weiter runter, ja, das wird schon besser. Wollen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Ist ein geiler Trick, ne? Einfach, einfach drüber ballern und mit geringerer Deckkraft, dann werden die deutlich, ich sage mal, weniger präsent. Kann man im Nachhinein auch nochmal ändern, dass ich hier sage, ich mache das noch ein bisschen höher und dann holt er das auch wieder zu. Muss mal auswählen, kommt noch mit rein. Also, coole Sache. Wenn es nicht bei beiden gleich ist, dann funktioniert das relativ gut. Okay, jetzt kommt eigentlich der Punkt, an dem ich noch einen Bildstil hinzufügen würde, wo ich sage, hey, da kann nochmal irgendeine coole Richtung reingehen, dass man farblich nochmal was verändert hat. Mein Profilbild ist ja farblich in einer ganz interessanten Richtung. Oder, dass man hergehen und gewisse Bereiche nochmal abdunkelt oder sowas in der Art. Da kann man sich jetzt prinzipiell Zeit lassen, dass es wieder dieser Ausprobieren-Moment, so ein bisschen hier von unten abdunkeln, dass der Pulli hier nicht komplett aus dem Ruder läuft. Der war nämlich im Original, der ist eigentlich viel, viel dunkler. Können wir ein bisschen höher. So. Können wir auch einen Pinsel machen. Ich mache das schnell mit dem Pinsel. So. Hinzufügen, Pinsel automatisch maskieren. Ich hoffe mal, das reicht. So. Das war hier. Den Pulli einfach auch abgedunkelt kriegen und hoffentlich diesen, na, den Halo-Effekt, den kriegen wir nicht so einfach raus. Ähm. Aber zumindest mal grob. Für Instagram reicht das vollkommen aus. So. Besser. Besser. Der knallt nicht mehr so sehr, weil das, das war nicht genau der. Doch, ich glaube schon. Weiß ich nicht mehr genau. Ähm. Könnte der gewesen sein. Er ist auch offiziell nicht blau. Kann man auch noch korrigieren, ne, dass wir hier sagen, komm, dann nehmen wir die Sättigung ein bisschen raus. Aber ich fand diesen Blau-Look eigentlich ganz cool, dass man so blau-orange Komplementärfarben, ne, richtig geil mit reinnehmen kann. Und das würde ich jetzt auch tun, indem wir hier einfach uns mal die Gradationskurve packen. So. Und in den Blau-Bereich, in den Tiefen hier unten, wo dieser Pulli ist, das einfach so ein bisschen verstärken, ne, so ein bisschen kälter gestalten. Und als Komplementärfarbe, ne, im Orange, im hellen Bereich, wo hoffentlich genug Gesicht ist, das so ein kleines bisschen hier mit reinnehmen. Ja, blau-orangener Look kann ganz cool passen. Und ich suche mir hier gerne ähnliche Farbkanäle raus, weil zu Orange, ne, zu Gelb, ist ja eigentlich Gelb, ähm, passt auch ganz gut Rot und zu Blau passt auch ganz gut Suyan. Und dann machen wir das genau das Gleiche einfach andersrum. Das heißt, hier müssen wir jetzt, wo wir vorhin nach oben gezogen haben, einen Ticken nach unten ziehen. Und da müssen wir jetzt, wo wir vorhin nach unten gezogen haben, ein Stückchen nach oben ziehen. nicht so viel, weil wir wollen nicht so sehr übertreiben, wollen wir es nicht. So ein kleines, kleinen Ticken Rot noch mit rein. Kann ganz gut funktionieren, kann ganz cool aussehen. Und, ähm, ja, an sich, gute Grundlage, gar nicht verkehrt, auch wenn ich jetzt hier so orangene Haare habe und sowas in der Richtung, äh, ist mir in der eigentlichen Variante ein bisschen besser gelungen. Aber ich wollte ja so eine, so eine Fünf-Minuten-Bearbeitung eigentlich haben, die ein kleines bisschen zackiger ist. Kann jetzt noch einzelne Bereiche ausmaskieren, das Gesicht an sich ein bisschen heller machen zum Beispiel, dass mir noch ein bisschen dunkel, die Haare da ein bisschen entsättigen, äh, dass das eher so aussieht, wie hier in dieser Variante. Oh, der, ja, eher so aussieht, wie hier in dieser Variante, dass halt die Haare, äh, nicht, nicht orange werden, auch wenn sie es manchmal sind. Ähm, das macht es ein kleines bisschen einfacher. Aber wir kommen schon relativ nah ran, auch wenn wir jetzt keine Hautretusche durchgeführt haben oder sowas in der Richtung, haben wir ein relativ gutes Ergebnis hier hinbekommen, aber wir gar nicht so viel Zeit aufgewandt haben. Und, ähm, ich bin der Meinung, das ist so das Ergebnis, was mir eigentlich bei den meisten Fotos am besten gefällt. Es geht immer besser, ja, aber wir kommen dann sehr oft zu dem Punkt, wo ich irgendwann sage, so, ja, können wir das, äh, das reicht eigentlich irgendwann. Wird es überhaupt appreciated, was ich hier gemacht habe? Sieht nachher irgendjemand auf einem Bild, was so groß ist, dass ich retuschiert habe? Oder ist das eigentlich egal, weil diese, diese, dieses Pixel zusammen, zusammenklatschen, dafür sorgt, dass die Haut einfach sauber ist? Egal, wie sie vorher ausgesehen hat. Ähm, grobe Dinge habe ich ja in dem Moment weggemacht. Das, was hier in der Lippe so geleuchtet hat und das hier, hier drüben, egal. Ähm, das ist ja verschwunden, nicht 100% perfekt, geht auf jeden Fall besser, aber, ähm, ich finde, es war ein ganz cooler Anfang. Und prinzipiell könnte ich das sicherlich so hochladen und es würde niemandem groß auffallen. Niemand würde sich da jetzt beschweren und sagen so, oh, das kannst du gar nicht posten, oh, ist das überhaupt bearbeitet? Wobei, ich habe, glaube ich, auch das Bild schon hochgeladen und es hat sich niemand wirklich beschwert. Weiß nicht genau, das war absolut, ich glaube, ich habe das gar nicht bearbeitet. Ähm, äh, egal. Äh, auf jeden Fall, was können wir jetzt noch machen? Was würde jetzt eine längere Bearbeitung, so 15 Minuten plus beispielsweise, aus so einem Foto in dem Moment noch rausholen können? Macht's das so viel besser? Da sage ich ganz ehrlich, es kommt aufs Foto an. Es gibt Bilder, bei denen ist das notwendig und es gibt Bilder, bei denen ist dieser Unterschied eher minimal. Weil, klar, wenn ich jetzt ein Bild habe, bei dem ich beispielsweise in den Hintergrund austausche, ist es vollkommen normal, dass ich ein bisschen mehr Zeit aufwenden muss. Ich muss ja das freistellen, ich muss in den Hintergrund rauskriegen, ich muss ja gucken, dass es anständig aussieht. Weil, klar, es gibt automatische Maskierungswerkzeuge und die funktionieren zum Teil auch relativ gut, aber man hat's ja hier an den Haaren gesehen und man sieht's immer noch an den Haaren. Ich bin noch nicht so zufrieden, dass halt hier, hier ist der Orange, ne, und, und da wird hier so ein kleiner Ansatz vom Haar so ein bisschen abgedunkelt. Ich sehe das, weil ich das Bild kenne, man sieht's auch hier drüben, ne, also so der Bereich ist abgedunkelt, der Bereich nicht. Und das liegt halt einfach daran, dass diese automatischen Masken gut sind, aber nicht so gut. Gut, was können wir jetzt noch tun? Ich werde jetzt hergehen und das erstmal so vorbereiten, dass man's in Photoshop übernehmen kann, weil Lightroom-technisch, äh, man kann es auch, man kann auch vieles in Lightroom machen, ich finde allerdings, in den meisten Fällen ist es einfach, ähm, übertrieben. Du brauchst es nicht so extrem und es ist auch zum Teil etwas nervig, weil gerade Retusche aus meiner Sicht in Lightroom für grobe Sachen sehr, sehr geil ist, aber wenn's um feine Dinge geht, ist das einfach nur nervig. Von daher, wir gehen jetzt in Photoshop. Wahrscheinlich könnt ihr die eine oder andere Sache auch in Lightroom durchziehen, aber ich möchte das jetzt gemeinsam mit euch in Photoshop machen. Das heißt, wir setzen mal die Gradationskurve hier zurück, wir setzen, was haben wir noch gemacht? Eigentlich nur Gradationskurve, das ist dann, der Rest sollte grundlegende Bearbeitung eigentlich ganz gut abdecken. Okay, nehmen wir und, äh, holen uns das jetzt hier bearbeiten, in Photoshop, als Smartobjekt öffnen, rüber. Okay, ich hab jetzt gerade mal den Dunstentfernregler und die Kalibrierung noch rausgenommen, dass das in dem Moment hier weg ist und, äh, schmeiß jetzt auch nochmal die Masken hier raus, weil ich das lieber in Photoshop machen möchte. So, alle Masken löschen, genau, jetzt haben wir mal eine Grundlage, mit der wir arbeiten können, die helligkeitsmäßig korrigiert ist, wo der Weißabgleich nochmal in dem Moment mit drin sitzt und, äh, daraus ziehen wir uns jetzt einfach alles, was wir brauchen. Zuerst, grundlegend, wer schon mal Videos von mir von der Photoshop-Bearbeitung gesehen hat, weiß, wie ich hier in etwa vorgehe, äh, ich ziehe mir das immer nochmal auf eine neue Ebene, dass ich doch die Raw- und die Originaldaten in dem Moment getrennt habe. Original, immer dran denken, neues Smartobjekt durch Kopie, nicht Ebene duplizieren. Das können wir dann in dem Moment einfach mal zurücksetzen und Details zurücksetzen. So, und jetzt kann man im Prinzip ja immer hier Original und das, was wir bearbeitet haben, nochmal mit reinnehmen. Gut, ähm, hier starten wir jetzt mit der Retusche, wo man auch ein bisschen mehr ins Detail gehen kann, wo man auch ein kleines bisschen mehr machen kann, das ist ein enormer Vorteil. Dementsprechend hier einmal, eins, zwei, drei, so, äh, Hintergrund, Körper und Gesicht und ganz wichtig, wenn jemand sowas hat. Augenringe, haha, mit denen fangen wir jetzt an. Ich habe die Technik ja vorhin schon gezeigt, die kann man jetzt im Endeffekt genau so nochmal anwenden. Jetzt sieht man auch, dass das Bild nicht ganz scharf ist, zumindest mal nicht auf den Augen, sondern eher auf den Augenbrauen, aber Blender 1, zwei, kommt vor, ist niemandem aufgefallen bisher. Ähm, so, für die Augenringe einmal Bereichsreparaturpinsel und drüber gehen, solange bis hier nur noch Hautstruktur da ist. Also es dürfen keine Augenbrauen oder sonst irgendwas mit reingestempelt werden. Im Endeffekt ist es die gleiche Technik wie die, die ich vorhin in Lightroom angewandt habe. Einfach so drüber gehen, dass es plattgematscht ist und, äh, dann die Deckkraft reduzieren. So. So, immer noch ein kleines bisschen, noch ein kleines bisschen, sowas in der Richtung. Wenn man jetzt hier mal guckt, ne, vorher, nachher, einfach nur ein bisschen abgemildert, ohne jetzt die eigentliche Hautstruktur oder irgendwie sowas, was da hinten dran steht, so groß zu verändern. Dementsprechend, das erledigt. Jetzt gehen wir aufs Gesicht und was für ein Werkzeug man jetzt im Endeffekt nimmt, ist komplett egal. Ich merke gerade, ich habe die Retusche nicht weggemacht. Die muss ich noch wegmachen. Kann man die komplett zurücksetzen? Ha, geil. Einmal okay. So. Jetzt haben wir hier die Deckkraft noch ein kleines bisschen mehr. Er hat das, glaube ich, reingestempelt, was wir vorher drin hatten. Ja, egal. Es funktioniert trotzdem. Okay, dann einmal aufs Gesicht und das raushauen, was man in dem Moment nicht mehr haben möchte. Kann man jetzt Bereichsreparaturpinsel in dem Moment nehmen? Kann man Reparaturpinsel nehmen? Das Werkzeug, was euch in dem Moment beliebt, mit dem ihr am besten zurechtkommt. Ich bin derjenige, der gerne hergeht, jetzt gerade mal für die groben Sachen, die wir hier haben. Das Bereichsreparatur, den Bereichsreparaturpinsel nehmen. Das funktioniert meistens ein bisschen einfacher. Kommt drauf an. Manchmal hat man auch solche hartnäckigen Sachen, wie hier. Die funktionieren nicht immer, aber wenn man mehrfach drüber malt, kommen sie dann doch irgendwann. Also einfach mal schauen. Geht sehr, sehr oft und es ist nur für grobe Sachen. Also ich würde da nicht hergehen und solche ganz, ganz feinen Geschichten machen, weil wie hier gerade, Moment, kann das Problem nämlich passieren, dass das hier entsteht. Gerade wenn wir unscharfen Hintergrund haben, macht er gerne unscharfe Hautstruktur drüber und es passt überhaupt nicht. Gibt es bessere Techniken? Es gibt hier bessere Techniken. Von daher, über die groben Sachen drüber gehen, was einem in dem Moment halt auffällt und auch beim Rest vom Foto, falls jetzt hier irgendwo, keine Ahnung, Dreck wäre, Haare wären oder sowas in der Richtung, die da quer laufen, dann kann man die auch noch mit rausnehmen, wie beispielsweise hier oben. Keine Ahnung, was ich da drin hatte. Moment. Habe ich irgendwas in den Haaren drin gehabt? So, das kriegen wir dadurch raus. Muss ja nicht so 300% perfekt sein, weil das meistens in der Struktur untergeht. Das eine, was hier quer hängt und aus irgendeinem Grund so hell ist, das ist noch kein graues Haar. Haha, noch nicht. Hier einfach mal drüber gehen, auch vom Retusche-Pinsel gerne mal so die Struktur nachahmen von der Bewegung her. Das sorgt meistens dafür, dass das hier einfach übernommen wird und so überlagert wird, dass es keinem auffällt. Hier, die hier so ein bisschen quer laufen, können wir auch noch weg machen. Fub. Die sind meist relativ easy, wenn die Hautstruktur hinten dran einfach aufgebaut ist. Also gerade, wenn man so eine einfache Struktur hat, ist das gar nicht so wild. So, das hier auch noch, auch wenn das eigentlich nicht auf die Ebene gehört. Passt. Dann, haben wir irgendwas im Hintergrund, was uns stört, farblich gesehen oder sonst irgendwas. Ja, hier so ganz leicht rot, aber ich finde, das stört nicht so mega. Vielleicht das Grün an sich, aber das ist ein anderes Thema. Reicht, wir brauchen keinen Hintergrund und fassen uns das einmal zusammen in eine Ebene, die wir Retusche nennen und zwar grob, denn wir haben natürlich auch noch eine feine Retusche und die feine Retusche kann jetzt deutlich komplexer werden, wie beispielsweise die Frequenztrennung, wie beispielsweise jetzt irgendwelche Sachen wie Dodge & Burn oder sowas in der Richtung, aber ich will euch eine Methode zeigen, die hier relativ easy geht, wo man tatsächlich gar nicht so viel Aufwand betreiben muss, um das in der Moment hinzubekommen, sondern relativ schnell und zügig eine gute Hautstruktur reinbekriegt. Vorher allerdings möchte ich auf Dodge & Burn eingehen. Ich weiß, das Bild ist jetzt prinzipiell ein bisschen zu dunkel, um es anständig zu machen, aber es ist etwas, was einen großen Unterschied in Fotos ausmacht. Ich habe es auch lange Zeit einfach ignoriert, wo ich gesagt habe, interessiert sich doch keiner mehr für. Es ist einfach viel zu aufwendig und für diese Geschwindigkeit, die man zum Teil an den Tag legen muss, um da Bilder zu verbreiten, gerade wenn ich jetzt überlege, du brauchst ein neues YouTube Thumbnail, wann soll das Video hochgeladen werden? Ah, für heute Abend. Da kann ich keine Stunde retuschieren. Also schon, aber dann gibt es das Video halt erst morgen. Von daher, es ist schon in Ordnung, aber wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen mehr machen. Von daher, Dodge & Burn. Okay, wie machen wir das mit dem Dodge & Burn? Wir gehen zuerst her, erstellen uns eine graue Ebene, also eine Ebene, die wir über Shift F5 mit 50% grau füllen, nehmen das aber nicht als Referenz, sondern wir brauchen noch eine Tonwertkorrektur zwischendrin. Und zwar Korrekturen, einmal Tonwertkorrektur und legen das jetzt einmal darunter, erstellen daraus eine Schnittmaske und machen diese Tonwertkorrektur einmal auf Luminanz. So, sieht noch eigenartig aus, ja, kommt aber gleich, weil diese Ebene muss einmal auf weiches Licht. Und das Schöne an dieser Sache ist jetzt, wir können hergehen, können hier den Abfeldler holen, also ich glaube nicht, dass ich Dodge & Burn noch groß erklären muss, die meisten Leute wissen, wie das in der Moment funktioniert, wenn nicht, ich habe da ein riesen langes Video zu diesem Thema, einfach mal anschauen oder einen Photoshop-Kurs gucken, ich sage, Photoshop-Kurs habe ich ebenfalls. Wir können hier jetzt aber hergehen, können gewisse Bereiche im Bild abdunkeln und aufhellen, also wir übertreiben einfach mal, dass man es sieht, hier so, ohne, dass wir die Farbe von diesem Objekt verändern. Denn das Problem an der Sache ist, wenn ich jetzt was abdunkele, gerade so im Hautbereich, Moment, wir machen es mal ein bisschen extremer, so, dass man es richtig sieht, ich weiß, es sieht nicht schön aus, aber diese Abdunklung würde ohne die Luminanzebene, ohne diese Tonwertkorrektur in dem Moment dafür sorgen, dass die Farbe verändert wird. Seht ihr das? So ein kleines bisschen mehr Sättigung kriegen wir mit rein. Das sollte man verhindern, deswegen die Tonwertkorrektur zwischen rein und wenn wir auf 50% Grau zurückgehen, dann sind wir in dem Moment wieder auf dem gleichen Punkt wie vorher. Was mache ich jetzt? Ich gehe eigentlich nur her und, ja, fahre Gesichtskonturen ab, gestalte Gesichtskonturen nochmal ein kleines bisschen intensiver, um dafür zu sorgen, dass das Gesicht dreidimensionaler wirkt. Ja, ich weiß, man kann mit Dodge & Burn unglaublich viel machen, Augen aufhellen, das abdunkeln, das rausholen, sonst irgendwas, also es geht sehr, sehr viel, aber, ja, wir wollen ja nicht die Stunde, die 15 Stunden Variante draus machen, sondern eigentlich die 15 Minuten und ich glaube, ich bin eh schon drüber, also von daher, wir werden sehen. Es ist im Endeffekt nichts anderes wie beispielsweise hier an der Seite so ein bisschen abdunkeln, nicht auf 100%, hallo, bitte einmal 10, so, sowas in der Richtung, ich mache es absichtlich ein bisschen krasser, dass man es jetzt natürlich auch im Tutorial hier sieht, dass ihr das direkt seht, weil man mitunter manche Dinge einfach nicht sehen kann, hier so ein bisschen die Stirn, einfach so ein bisschen abdunkeln, hier etwas aufhellen, gerade hier, wo noch so ein bisschen Licht draufgekommen ist, Moment, nicht aufhellen, sondern einfach auch ein bisschen abdunkeln, dann steht das nicht mehr so hervor, kann auch ganz gut funktionieren bei so Segelohren hier, wenn die so ein bisschen extremer aussehen, Moment, gehen wir zurück, so, dass man die in dem Moment auch noch abdunkelt, nur so ein bisschen, eins, zwei, drei, ja, ich übertreibe, ich weiß, das würde ich normalerweise nicht so extrem machen, aber es sorgt dafür, dass ein Gesicht dreidimensionaler wirkt und das ist eigentlich diese mega geile Geschichte, kann man auch mit den Augen machen, gehen wir mal auf 5%, 0,5, jawohl, hier an der Seite so ein bisschen aufhellen, da so ein bisschen aufhellen, hier ebenfalls, hier, man sieht den Unterschied jetzt nicht ganz so krass, hier noch ein bisschen mit reinnehmen, dann da unten noch abdunkeln, so, hier abdunkeln, jawohl, die Augenbrauen noch ein bisschen dunkler machen, auch wenn es eigentlich was ist, was man nicht so, also, ich wollte es eigentlich nicht so extrem rausholen, aber okay, das gleiche können wir jetzt mit der Nase machen, können wir jetzt hier neben ein bisschen abdunkeln, hier, und da ein bisschen aufhellen, dann kommt die noch mehr raus, oder, wenn man nicht will, dass die so krass in dem Moment rauskommt, kann man auch hier den Nasenrücken so ein bisschen, Moment, einmal rückgängig, haben wir es rückgängig, ja, genau, kann man hier den Nasenrücken auch so ein bisschen abdunkeln, dann wirkt die immer noch leicht dreidimensional, klar, aber nicht mehr ganz so extrem. Man sieht es jetzt auch ganz gut im Vorher-Nachher-Vergleich, wenn ich hier mal ausmache und wieder anmache, ne, dass halt das Gesicht eine ganz andere Form bekommen hat. Kann man jetzt noch mehr machen, selbstverständlich, ne, man kann jetzt auch noch im Gesicht mehr Details herausarbeiten und sowas in der Art, aber, wir wollen es ja nicht übertreiben, ne, wir haben ja gesagt, ne, 15 Minuten, ne, ich bin wahrscheinlich schon lange, lange drüber, egal, wir packen das jetzt hier einmal in einen Ordner, den wir Dodge & Burn nennen und, ähm, bevor ich jetzt mit dem Bildstil weitermachen möchte und das Bild finishen möchte, äh, machen wir noch ganz kurz die Haut ein bisschen weicher, weil, ist ein geiler Trick, ne, funktioniert bei den meisten, äh, ich sag mal, Hautstrukturen, dass man die etwas weicher zeichnen kann mit der folgenden Technik. Wir holen uns erstmal eine neue Ebene zusammen, Shift, Command, Alt, E, oder Shift, Steuerung, Alt, E, und, äh, nennen die jetzt einfach mal, äh, weiche Haut, so, invertieren uns diese Ebene einmal, holen uns hier über Filter, sonstige Filter, den Hochpassfilter rein, setzen den einmal auf 18, dadurch, dass die invertiert war, äh, ja, zeichnen wir die Ebene eigentlich weich, ist ein geiler Effekt und, äh, das, was jetzt hier so eigenartig aussieht, machen wir noch mit Filter, Weichzeichnungsfilter, Gauscher, Weichzeichner und 6, in Ordnung. Und was ihr jetzt als Ergebnis seht, ist eine relativ gute Hautstruktur, die nicht ganz so krass wirkt, die ganz bisschen weicher wirkt und, ähm, ja, das Gesicht sieht halt scheiße aus, der gesamte, alles sieht scheiße aus, deswegen maskieren wir uns das, neue Maske, invertieren und holen uns einen Pinsel rein, mit dem wir die Hautstruktur in dem Moment einfach weich malen. Man muss ein bisschen aufpassen da damit, erstens mal, bei Männerporträts sieht es gerne mal sehr, sehr weich aus, da kann man die Deckkraft so ein bisschen reduzieren und natürlich nicht über Strukturen malen, weil die Augenbrauen versaut er dadurch komplett. Aber so ein bisschen kriegt man damit raus, kommt etwas aufs Bild an, was man hier in dem Moment hat. So, ich gucke jetzt einfach mal, dass ich hier so viel reinbekomme wie möglich, und ich gerade so Verfärbungen in der Haut gehen dadurch relativ gut weg, hier das unter der Nase da, so, zack, prinzipiell auch Augenringe, wenn man sie vorher schon mal ein bisschen weicher reduziert hat, geht das relativ gut, so, ich gucke jetzt gerade mal, dass ich das zumindest mal grob mit reinnehme, bei Bart wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, was ein Glück braucht, der bei mir ewig, bis der wächst, höhö, ähm, so, genau, wirkt schon mal ein bisschen besser, aber jetzt halt zu sehr, der Babyface, das können wir aber noch mit einer, mit dem Reduzieren der Deckkraft, so ein kleines bisschen weniger machen, dass das nicht ganz so extrem ist, gucke ich gerade mal den Bereich, hier habe ich vergessen, hier unten habe ich noch ein Stückchen vergessen, so, wirkt doch gar nicht mal verkehrt, weiß ich, dass es besser geht, aber, äh, wir stehen unter Zeitdruck, Leute hier, aha, auf geht's, so, nächste Geschichte, ich will den Bildstil mit reinsetzen, wir hatten vorhin das Problem, dass wir, ne, haben das ja vorhin schon gemacht, den will ich eigentlich beibehalten, in der Gradationskurve, im Blaukanal, in den Tiefen etwas bläulicher, in den Lichtern dafür etwas gelblicher, sowas in der Art, na, komm her, richtig, aber ich möchte, dass die Haare davon nicht beeinflusst werden, das kann ich ja machen, indem ich hier mit einem Pinsel die Haare, na, komm her, einfach mit schwarzer Farbe hier rausmale, wenn ich bei dem Pinsel eine weiche Kante habe, also Härte 0, ist das gar nicht mal so auffällig, wenn ich hier auch nicht 100% maskiert habe, und sie sind davon jetzt einmal ausgenommen, gut, ähm, das gleiche machen wir jetzt auch hier im Rotkanal, ne, Lichter etwas rötlicher, die Tiefen etwas bläulicher, so, das ist jetzt halt das, was mitunter auch ein bisschen Zeit fressen kann, und etwas zeitintensiv ist, weil man halt zwischen den Bereichen hin und her springt und auch manchmal etwas gucken muss, wie es nachher halt ankommt. Ah, ja, da war das Gelb-Orange, das vorher gefehlt hat. Okay, ähm, grundsätzlich, gute Grundlage, so, ähm, ich habe das mal ein bisschen gecuttet, ich wollte jetzt nicht zu sehr übertreiben, einfach deutlich mehr in den Rotkanälen, in den Lichtern mehr Rot reingenommen, in den Tiefen deutlich, ein kleines bisschen weniger, ein kleines bisschen in den Blaubereich, und im Blaubereich, so, naja, nur einen ganz, ganz kleinen Ticken die Tiefen blau eingefärbt, ich wollte nicht, dass das hier zu extrem ist, wenn man hier mal schaut, ne, das ist dann schon too much, da geht auch der Hautton meistens ein bisschen kaputt, und in den Lichtern deutlich mehr in Richtung Gelb. Okay, jetzt haben wir schon einen Hautton, mit dem wir ganz gut arbeiten können, wir müssen jetzt nur schauen, da habe ich ein kleines bisschen mit der Maske übertrieben, die will ich einmal hier doch noch korrigieren, soll ich so weiße Flecken hier oben, ne, so was in der Art, und, äh, wir wollen natürlich die Haare noch ein, das machen wir auf dem gleichen Weg, wir haben hier die Maske schon da, können prinzipiell jetzt auch den Effekt jetzt hier, klar, ne, in dem Moment verstärken, oder in dem Moment noch geringer gestalten, das kann sich jetzt jeder aussuchen, ich hätte Ihnen gerne ein kleines bisschen mehr, aber nicht so extrem, sonst sieht es so ausgebrannt aus, ich mache das jetzt absichtlich, weil ich das Gesicht gleich noch ein bisschen aufhellen will, ich will das Bild gleich noch ein bisschen aufhellen, da wird der Effekt weniger, keine Sorge, kommen wir gleich dazu. Gut, was machen wir jetzt mit den Haaren? Die Haare haben wir ja schon ausgewählt, vielleicht könnte man sich auch so ein kleines bisschen besser auswählen können, hier so, schwarzer Pinsel, noch so ein kleines bisschen weiter nach oben, okay, die haben wir schon ausgewählt, dann können wir jetzt einfach mit der Command-Klick oder Steuerung-Klick eine Auswahl erstellen, nochmal eine Gradationskurve reinholen und das ganze Thema einfach invertieren und jetzt wirkt sich das Ganze auf, nur die auf die Haare aus. Und ich möchte, dass die nicht so krass orange sind, die sind so ganz leicht orange, aber es geht noch, das könnte ich jetzt ausgleichen, indem ich sage, ich möchte im Blaukanal ein Ticken Blau mit hinzufügen, nicht so viel, nur so ganz, ganz, ganz wenig, so in der Art und kann jetzt im RGB-Bereich, die, indem ich hier links unten das Teil hier anpacke, die ganz links untere Ecke noch so ein kleines bisschen dunkler gestalten. Wäre eine Variante. Funktioniert, coole Sache, wir haben einen Farbstil. Das ist jetzt natürlich variabel zu jedem Foto, man muss ja mal gucken, was für Farben sind vorhanden, passt es in dem Moment dazu, ist es too much, ist es ein bisschen zu wenig, vielleicht schaut man sich das Bild auch einfach zwei Tage später an, wir sind ja in der Variante, wo wir ein bisschen mehr Aufwand betreiben wollen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, ich möchte das Bild noch heller machen. Definitiv will ich das noch heller machen, das sieht ja so total eigenartig aus, deswegen holen wir jetzt noch mal eine neue Ebene rein. Wir sind mittlerweile sowas von nicht mehr non-destruktiv. Moment, einmal Ordner Farbstil und einmal Ordner weiche Haut, die Maske sieht voll lustig aus. Hier weiche Haut, hier Sieht aus wie eine Halloween-Maske. Gut, so, die nenne ich jetzt Raw-Bearbeitung. Also ich habe unten eine Raw-Ebene und oben eine Raw-Ebene und mache jetzt einfach mal Filter für Smart-Filter konvertieren, dass wir es noch mal bearbeiten können und natürlich auch Camera Raw-Filter, ich will es ja ein bisschen heller haben, könnte man prinzipiell auch mit einer Einstellungsebene machen, aber wir machen es mal hier. so auf jeden Fall etwas heller und ihr seht schon, der Farbstil verschwindet. Mehr Licht sorgt immer dafür, dass auch die Farben so ein kleines bisschen weniger werden, in Anführungszeichen weniger werden. So, kommt schon in die bessere Richtung, gucken, dass der Kontrast hier jetzt nicht vollkommen absäuft, bisschen Dunst entfernen und hier die Farbe noch ein bisschen rausholen, sowas in der Art. Ja, ich weiß, meine Haut ist total orange, aber ich finde, es passt eigentlich vom Style her ganz gut, könnte man natürlich noch ein bisschen weniger machen, aber ein anderes Thema. Einmal okay und und wir haben jetzt eigentlich eine Grundlage, die sehr, sehr nah an das rankommt, was ich auch als Instagram-Profilbild verwendet habe. Wenn wir jetzt noch mal die Ebene duplizieren, können wir auch hier hergehen und können uns das Ganze noch mal scharf zeichnen. Ich mache das gerne noch mal zum Schluss, dass ich hier mit Scharfzeichnungsfilter unscharf maskieren, einfach noch mal hergehe und noch mal so eine ganz, ganz feine Schärfe drüberlege, hohe Stärke, geringer Ratius, gerne auch im Schwellenwert noch so ein kleines bisschen nach oben. Einmal okay und definitiv möchte ich den Hintergrund noch mal abdunkeln mit Auswahl, Motiv, zack, Korrekturen, er nimmt das Ohr nicht richtig mit, merke ich gerade, Korrekturen, Gradationskurve, ihr merkt schon, das wird öfters kommen, hier auf jeden Fall und hier so ein kleines bisschen Licht rausnehmen, rechte Ecke einfach nach unten ziehen, da wirkt das ganz cool. Wir müssen nur die Ebene noch invertieren und wir haben ein Ergebnis, das schon mal ganz gut passt. Die Maske ist nicht 100% perfekt, könnte man mit weichen Kanten noch so ein kleines bisschen korrigieren, dass man die so einfach so ein Stückchen nach rechts zieht, das sorgt in den meisten Fällen dafür, dass es schon ganz gut funktioniert und der große Vorteil ist natürlich, dass wir diese Auswahl, dass wir diese Maske in Photoshop ein kleines bisschen einfacher bearbeiten können. Also ich kann jetzt hier natürlich hergehen und das Ohr wieder richtig malen. Ja, was irgendwie nicht so viel gebracht hat, weil ich es vorher, glaube ich, schon versaut habe. Ist egal. Wahrscheinlich hier im Farbstil. Ja, gut. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Sowas passiert mir auch. Definitiv klar, gerade wenn ich es nebenher erkläre. Aber wir haben jetzt ein Ergebnis, das noch mal deutlich besser ist. Schaut es euch an in dem Moment. Wir haben jetzt nur diese 15-Sekunden-Variante hier. Wir haben die 5-Minuten-Variante und wir haben jetzt die 15-Minuten-Variante auch, wenn wir deutlich länger gebraucht haben als 15 Minuten. Jetzt ist natürlich der Punkt gekommen, dass ich sage, es geht theoretisch immer noch mehr. Doch je mehr man in dem Moment macht, klar, umso eher konzentriert man sich auch auf gewisse Feinheiten. Ja, ich habe die Haut hier weich gezeichnet, aber es ist keine schöne Hautstruktur. Man könnte jetzt hierher gehen und noch eine Frequenztrennung draufsetzen. Man könnte jetzt hierher gehen und sagen, keine Ahnung, man macht diese dunklen Placken hier auf der Stirnseite, die ich hier habe, einfach mal noch weg. Geht relativ easy tatsächlich, auch wenn es natürlich ein bisschen zeitaufwendig ist. Und ich sehe gerade, oh mein Gott, das mit den Augenringen hier unten habe ich vollkommen übertrieben. Es ist zu sehr Babyface geworden, aber es geht einiges. Das ist so ein bisschen das Thema. Die Frage ist halt jetzt, investiere ich jetzt noch die 20 Minuten und retuschiere ich das weg? Sieht das auf Instagram irgendjemand? Ist das überhaupt relevant? Und ich wollte eigentlich nur mal kurz zeigen, wo der Unterschied ist und wie groß ein gewisser Qualitätssprung ist, wenn man mehr Zeit rein investiert. Du kannst natürlich hergehen, wenn du sagst, du hast, du hast hier so gewisse Routinen drin, du hast hier so gewisse schon vorgefertigte Presets, du kennst dich ein bisschen aus, du hast Erfahrung in der ganzen Sache, kannst du natürlich aus einer Bearbeitung, die normalerweise eine Stunde geht, auch 15 Minuten machen. Wenn ich das nicht erklären müsste, nebenher, und aufgenommen werde, kriege ich das auch in 10 Minuten hin. Ich bin da relativ zackig unterwegs, das ist gar kein Thema, was halt die Erfahrung macht. Aber diese Zeit zu investieren, kann sich bei manchen Bildern definitiv lohnen. Also, cooles Experiment, cooler Gedanke. Ihr könnt jetzt gerne mal, sofern unter diesem Video in irgendeiner Art und Weise, ich weiß noch nicht genau, wo das überall hochgeladen wird, eine Kommentarfunktion existiert. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr sagt, hey, die 15 Sekunden waren aus meiner Sicht schon ausreichend, oder die 5 Minuten hätten eigentlich auch schon gereicht, oder man sieht halt den Unterschied zu den 15 so enorm, dass man sagt, man möchte das auf jeden Fall investieren. Ich finde, bei manchen Bildern ja, bei manchen Bildern lohnt es sich, das zu investieren, unter der Voraussetzung, es wird bezahlt, jetzt mal so aus der kommerziellen Sicht gesprochen, aber nicht bei allen. Bei vielen Bildern ist es so, dass man es einfach überhaupt gar nicht sieht, und ich wette, dass keiner sagen kann, bei meinen Bildern, die ich in dem Moment veröffentliche, ob die jetzt 10, 15, 20 oder 30 Minuten bearbeitet wurden, man sieht diesen Unterschied einfach nicht. Ganz ehrlich, macht nichts. Also, überleg dir mal, ob es nicht ausreicht, bei manchen Fotos einfach ein bisschen weniger zu machen, manchmal ist weniger auch mehr, und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr in dem Moment von haltet und wie lange ihr vielleicht an der Bildbearbeitung sitzt. Würde mich interessieren und jetzt, ja, bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Wenn ihr lernen wollt, wie das Ganze funktioniert, wie ich jetzt so, durch so manche Techniken bin ich einfach nur so durchgerannt, weil ich natürlich auch die Zeit in einigermaßen einhalten wollte, aber wenn ihr lernen wollt, wie das funktioniert, wie das auch schnell und zackig funktioniert, wie man sich so einen Workflow aufbauen kann, was die Bildbearbeitung angeht, dass man so eine Routine entwickelt, dass man auch schneller wird und nicht Ewigkeiten an Reglern rumspielt und sich überlegt so, hä, bringt das überhaupt was? Wieso sieht das so komisch aus? Ich habe einen Lightroom-Kurs und ich habe einen Kurs zum Thema Photoshop. Der Lightroom-Kurs ist jetzt sogar nagelneu, sehr, sehr stark auf Praxis ausgelegt, sehr, sehr stark auf Workflow ausgelegt. Von daher, checkt das auf jeden Fall mal aus. Ich habe es hier unter dem Video verlinkt oder hier irgendwo verlinkt und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.